Willkommen zu VR Escape the Space Station Ich hoffe wir treffen nicht all Im Moment sieht es sehr nach einem Horrorspiel aus Oder nach Disco Schön ausmodellierter Käfig Schönen Stirn Na gut, fangen wir mal an Okay Kein Tutorial Keine Daten Meine Diskette ist weg Da ist sie Wenn ich ein Objekt berühre, dann fliegt es weg Es ist, wie der Name bereits vermuten lässt, ein Escape-Spiel Hm Wie entkommt man, was schaltet man an? Wollt die Taschenlampe ein bisschen CO2 Kann man hier irgendwas öffnen Hmm Mehr dies Wo ist die zweite Diskette hin? Geht's denn weiter? Ein Coat Pit Das sind keine Schränke Ah So bleiben Das könnten Sicherungen sein Auf welchen Schreiben wir die Sicherungen Okay Eine dritte Diskette Eine dritte Diskette 1 2 1 3 1 Sagen wir mal die Sketten hier in dieser Riegel Die bleiben nicht stehen Das 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 Irgendwas öffnen Nein, hier lässt sich nichts öffnen Sieht nach einer Lucke aus Eine Lucke Und es gibt einen Schraubenzieher Es hat einen blauen Ring Gehen wir mal Gehen wir mal da her Gehen wir mal da her Ah Okay, wir müssen also vier Sicherungen suchen Spielprinzip Wie bei allen Objekte suchen Mein Ordnungsvermütter hat mich gerade den Wahnsinn Dachte ich nicht, dass ich einen habe Sollte nicht möglich sein, dass Die Disketten durch die Wände schweben Wo Jetzt Der Schraubenzieher ist weg Da ist er Mh Gehen wir mal davon aus Das ist nicht Ah Ah Irgendwas 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 passiert Ich spüre das Touch Pet vibrieren Hm Das lösen sich aber auch keine Schrauben Die Disketten sind gerade wieder weg Hm Die Disketten sind gerade wieder weg Leuchtet irgendwas Leuchtet aber auch nichts Leuchtet aber auch nichts Drehen wir mal alles aus Gehen wir mal davon aus, das braucht Strom licting Brauchen wir Sicherungen Brauchen wir sozusagen suppliesicherungen Brauchen wir Alle Sicherungen brauchen wir Weg zu weg. Oh, eine Luke. eine sicherung stecken wir die sicherung gleich ran hier zumindest irgendwas geöffnet der geht 048 die taschenlampe verzieht sich gerade 048 6 9 7 0 4 8 6 9 7 Unlock 0 5 7 9 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 20, 40, 50, 10, ähm, irgendwas sind alles hier drin, äh, wie sieht's, 0, 20, wie sieht's, 0, 20, wie sieht, 20, 40, 40, 40, uh, neue Zahlen, müssen wir mal hier, 0, 20, 40, 40, 40, 10, äh, was hab ich denn in den Schrauben hier? Ja? Ja? Ja?